Guten Abend liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Letzter Battlefield 3. Ich muss mich ein klein bisschen hier abhassen mit der Begrüßung, denn wir spielen hier gerade hektisches Rush auf Angriff auf Garkant, Back-to-Garkant-Map. Und ich habe eben einen schönen Killstreak gemacht, habe die Bombe geplantet und Krams. Und wir sind wiederum in der gleichen Besetzung wie vorhin unterwegs. Zweimal Jonas, einmal Nico und ja, genau so soll es sein. Und so wollen wir auch probieren, alles mal hier zu ownen in diesem kleinen Rush. Ich bin im Tank. Sehr kleine Rush Experience. Der ist tot. Und ich habe mir mal die Sniper geschnappt, meine Lieblingssniper. Und hinten. Ich bin mal weg. Ich gehe auch, oh shit, alter. Mit Gen war nicht mehr so viel. Ja, okay, hier sind die Scheiben schon weg. Einmal nachladen. Oh, what the fuck. Dumm finde, dass man die Zäune nicht mehr messen kann. Ja, merke ich. GSP, pass auf, hinter dir ist ein Panzer. Fuck, ich ist ein Sniper. Ich kläre jetzt die Situation, oder? Panzer. Panzer, ich grüße Sie. Jonas, rennen. Bei Leute, ein Gedanke, mal wieder. Ja, schöne Sache. Ich sollte mal die neue Sniper spielen, damit ich mir auch ein paar Scopes hier einfange. Warte, Cloud. Hey, steck mal einer ein. Ja, warte. Mach, 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 mach. Pass auf, da ist einer. Der ist nicht eingestiegen. Der ist eingestiegen drauf. Nein. Fuck, Junge. Ich repariere ihn tot. Nein, du repariere ihn. Ich steck ein, ich steck ein, ich steck ein, ich steck ein, nein, scheiße. Was zur Hölle? Ich bin eingestiegen, damit er nicht mehr einsteigen kann, aber da ist er kaputt gegangen. So, ich nehme mich jetzt mal zu B. Da bin ich dabei. Warte, ich kann die Mauer hier mal wegfauen. Ich bin wieder im Tank. Nein, natürlich nicht. Wir sind Planter, ne? Ja, genau. Angreifer auch genannt. Ja. Ach, B ist schon geblieben. Ja, deshalb, ich werde mal das Ganze so ein bisschen überwachen. Oh. Hier ist eine Satellitenschüssel auf dem Boden. Oh. Pack C4, Traum. Let's play C4 Schüssel. Haha. Hey, alles wird besser mit C4. Ne, let's roll C4 Schüssel. Komm, Komm schon, komm schon. Nice. Ich will grad, ich geh mal zum Jonas. Ja. In dem Panzer, oder? Will noch jemand in den Panzer? Äh, nicht. Ich knall's hier, die Kleinen. Wir werden aber anvisiert und ich will wissen gern von wo. Warte, ich guck ja schon mit Tamar. Da hinten? Da hinten steht ein Sniper gegenüber auf dem Haus. Da. Baller einfach mal in dieses Haus da warten. Nice. Station ist fertig. Sehr nice. Da ist aber keiner drin. Da war einer. Baller mal auf dem Großen da. Ja, den da. Fuck, ich hab kein Reparatorwerkzeug dabei. Er hat ja was zu gehen, wenn ich Minen gegen den Panzerpark kriege. Nach, hallo, nee, runter mit dir. What the fuck, mich hat's halt irgendwie 50 Meter zurückgehauen. Haha. Willst du auch noch mit rein, Neoclack? Hälfe, shit. Nee, ich kann sowieso noch die komische Laserstation da besitzen. Da bin ich grad dran. Irgendwo kam mit mir noch ein L-86 Mensch. Ist irgendwo einer. Halt, trau. Nehmt. Oder irgendwo im Haus, ich weiß nicht. Renn hier mal hin. Ich geh mal ganz rechts außen rum. Da ist irgendwo einer im Haus. Ja, ich glaub, oben im ersten Stock. Fahr, fahr mal hier. Ja, auf die Straße geradeaus weiter. Ich hab'n Tank gesichtet. Oh, komm schon. Der ist hier oben drin im Haus. Ja, hier weiter vorne. Hier irgendwo hinten dran. Ja, genau. Schieß doch mal rein. Immer hier hoch. Ich finde. Gut, wenn ihr es denn so wollt, dann kriegt ihr es auch so. Dann kriegt ihr das. Wollte ich dir das totale zwölfach Scope. Yeah. Ja, Entschuldige. Richtig cool. Richtig prohaft. Seibern plus zwölfach Zoom auf Team Deathmatch. Gut, wir sind jetzt nicht auf Team Deathmatch. Oh, auf Team Deathmatch, das ist so herrlich. Das ist mir immer passiert, man. Oh man, ey, ja, mir auch. Hey, ah, haben wir schon mal. Loll, wie schnell geht denn das hier? Wash. Unser Team liegt es halt. Wash and wash. Alter, ich mache gerade in Nifersuite-Afghanistan-Klappe die zweite, ne? Puh, schön. Dumb Tank. Blend, 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 nein! Oh, C4 Quads, Alter. Na, nicht im Ernst. Hier auf der Map wäre richtig geil. What the fuck? Oh, fuhr, Alter, genau an der Kante gesetzt. Oh, nee, oder? Tschüss. Komm, ich schimmel mich mal hier zu dem Super Pro mit der JNG 90, die der wahrscheinlich auch hat. Ich schimmel vor der Bombe und warte. Seiner sehen. Ja, er will nicht. Will einfach kein Anschärfen. Ich mit der Waffe nix treff. Ups, da la, shit, 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 shit. Ich bin gleich bei der Bombe. Oh, und die S4 98, wahrscheinlich auch mit 12.0 Scope über die ganze Familie. Der hatte dich auch, dass die Siegenden da. Brain 71 hat mich. Die Wiedernzahlen. Ich schaue mal bei dem Newplex. Nein, 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 nein. Und der Jahrkart, ich habe hier zuerst. Ich habe ihn angehittet. Ah, fuck, Alter, verworfen. Aua, aua, aua. Okay, ich bin tot. 43423. Bestimmt seine Telefonnummer. Ruf mal an. Nee, vielleicht ist er aus dem Ausland. Das ist so teuer. Denk ich mal ab. Geh, jetzt mal einfach zur Spornbarke. Wo sind die? Oh, Jonas. Was denn? Sag doch, dass sie so weit hinten ist. Ist so weit hinten. Ja, schön, jetzt weiß ich auch. Der bugt hier im Boden. Du hässliche, dreckige, meine Güte, man. Let's Flame ist wieder am Start, ey. Boah. Brain 71. Alter. Alter, ich kann jetzt den Bullet Drop noch nicht so krass kontrollieren bei der Waffe. Alter, was seid ihr alle so schon so schuld? Nee, doch, du nicht. Das ist gut, das ist nice. Hehehe. Den habe ich aber jetzt mal. Oh. Keine Idee. Achtung, wer die im Haus zur Weiner. Machen wir jetzt Sniper's gut. Können wir natürlich auch gerne machen. Wo ist die Arsch? Geil, geh hin. Ah, hier oben. Oben einer. Nice. Oben auf dem Dach ist eine Achtung. Wo, wo, wo. Da, wo ihr unten drin seid. Ernst, okay, ich geh hoch. Herr Meier ist das. Hä, wie komm ich denn da hoch? Hier hinten. Warte, warte, warte. Lass mich bei dir spawnen. Ich hab... Warte. Ich hab ihn mit dem Magnum angehittet. Ähm, ah, hier. Hallo, ah, nee. Hey, der war doch gerade auf... Doch, ich hab mich auf hier auf der Lied. Der ist unten, der kommt von hinten, der kommt von hinten. Hab ihn. Was? Er hat noch eine Nate geworfen. Au, 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 au. Ah, fuck, wir sollten mal... Wir sollten mal aber in Richtung A, so. Ich konnte meinen Zweibangard an der Wand verhalten. Oh, Brain, 71, was ist das, bitte? Warte, warte, bleib liegen. Ah, nee, das weiß ich nicht. Der hockt hinten an der anderen. Der ist doch schon zu Ende, ne? Echt? Ja. Ja, die Musik. Nein, das ist ja nice. Sollen Sie es aber bitte noch einmal entschärft bekommen, oder so, damit wir nochmal ein bisschen Spielzeit haben? Ich gehe mal auf Toilette. Nee, da gehe ich jetzt nicht. Sie haben entschärft. Okay, das ist natürlich nice. Ich suche mir jetzt mal hier gerade das Sichtfeld nach weiteren komischen Snipern ab. Ja, ich sehe da schon... Oh, what the fuck. Äh, 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 warte, warte, ich sagte gleich, wo der hockt. Äh, in der dunklen Lagerhalle. Ja, knall ich mal ab. Ist so, ich bin ja gerade dabei. Wo zur Hölle. Ja, ist klar, diese Telefonnummer hat mich gekillt. Ja, ruf ihn an und sag ihm, dass es nicht geht. So call me maybe, dead, 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 dead. 4343431, Alter, was ist das für eine hässliche Nummer? Ja, wahrscheinlich sind die von so einem kleinen COD-Kiddy. Naja, so wie ich mir hier einen absniper, könnte man das natürlich auch behaupten, aber... Bin wieder da. Oh fuck, ey, weiß jemand, ob hier irgendwo Mieten liegen? Ich habe keinen Bock, in eine reinzufahren. Warte, ich guck. Nee, es sind keine. Perfekt, Alter, dann clear ich jetzt mal hier im Lager. Ich guck rechts, ich guck rechts. Oh, Alter. Ich gehe auch mal wieder überraschend. Ich steig mal aus. Nein, F2000. Alter, ich steig aus und... Ach, scheiße, ich habe... Doch. Danke, danke, danke. Ich weiß nicht, Alter. Ich gehe mal hier hoch. Ey, das ist ein gegnerischer Tank, das ist ein gegnerischer Tank. Ja, aber ich mache ihn kaputt, ich mache ihn hart kaputt, Alter. Gut. Übelst ist, Battle hier. Oh Gott, Jonas hinter dir. Das ist mir gerade schnuppe. Ich habe geplantet, oder auch nicht? Sehr nice. Ja, lass mich in Ruhe, wenn du mir wegläufst, damit ich dich nicht messern kann, okay. Dann wird er ja nicht gemessen. Nee, du, dann ist mir auch zu blöd. Alter, ich bin weiß gerade alles, was sich nicht mehr bewegt, ne? Ja, Skara, über Entfernung, ist klar. Oh, ich glaube, die haben wir. Ich glaube auch, dass wir die haben. Und somit ist diese Runde Rush auch schon gewonnen. Ich bin relativ nah auch am Partende. Ist doch gut. Ich habe 11 zu 7, was mit Sniper doch relativ erstaunlich ist. Und ich habe 2 zu 8. Ja, und wundert euch nicht bei mir zumindest, dass ich so viel snipe, weil ich will das jetzt endlich mal üben. Ich kann das gar nicht. Ja. Na gut, schauen wir mal weiter im nächsten Part, was so an Maps und so an Team so bietet. Hier zu bieten ist, ne? Genau. Und ich sage dann fürs Zuschauen und man sieht sich im nächsten Part wie immer. Tschö. Tschö. Tschö.